Der Antisemitismus ist ein Phänomen, das sich bereits durch viele Jahrhunderte zieht, speziell in Europa. Unter altem Antisemitismus versteht man den christlichen Anti-Judaismus, also den religiös motivierten Judenhass. Wir kennen ihn bereits aus den mittelalterlichen Städten, wo die Juden verfolgt und getötet wurden. Während der Aufklärung wurde er dann verweltlicht, verlor sozusagen seine Verbindung zur Religion, um schließlich in der Shoah, also der Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus, seinen Höhepunkt zu finden. In den rechtsextremen Parteien und Organisationen ist der Antisemitismus bis heute zentraler Teil ihrer Weltanschauung. Mit der großen Migrationsbewegung der Jahre 2015 und 2016 wurde in den europäischen Städten auch ein muslimischer Antisemitismus spürbar. Der Nahostkonflikt zwischen Israelis und muslimischen Palästinensern wurde sozusagen nach Europa getragen. Paradoxerweise sind es gerade rechts Außenparteien, die von einem durch Musliminnen und Muslimen importierten Antisemitismus sprechen, um von ihrem eigenen abzulenken und sich so reinzuwaschen.